ein hallo und herzlich willkommen ich bin zu eurer play tv und begrüße euch zu folge 51 von der legend of the ocarina of time 3d ja leute heute sehen wir die spritulas die wir bis zu diesem zeitpunkt als erwachsener bekommen können ja da gibt es noch ein paar die erste hole ich noch live mit euch der rest wird wieder mit timelapse und natürlich mit timelapse also mit timelapse erst einmal ganz los sehen ja nun endlich hier aufgeführt hat ja gar noch was halt richtig ja nun schloss das haben wir nur kurz ja und zwar auf die tempel was man noch zum erledigen kommen und ich bin ich nur wegen der hier ich bin mir kurz verwirrt weil normalerweise müsste das die letzte gewesen sein haben wir noch einmal kurz Wir müssen 8 Skullteller überprüfen, ob man die schon holen kann. Na jetzt fängt es schon super an der Part. Überprüfen noch 2 Skullteller, dann machen wir weiter. Den Todeskrater haben wir erledigt. Die Ebene Hyrule haben wir erledigt. Die London Farm war erledigt. Ja, das war es endlich. Da haben wir endlich noch nicht erledigt. Heute müsste der Kutschiri Wald, der Hylia See, Leichter Soras und das Gerudo Tal müsste heute fertig werden. Kakariko kann noch nicht fertig werden wegen... Ja, also Kakariko kann noch nicht fertig werden wegen dem Brunnen und dem Wattentempel. Wir haben noch nicht auf die Gerudo Tal gehen. Wir gehen noch nicht in die Gerudos rein. Wir gehen noch nicht in die Gerudos rein. Ja, man ist endlich nicht, oder? Ich habe den Lohren im Wald gekriegt, den Kiri Dorf gekriegt. Wann ist der? Fertig? Wann ist der? Ich habe den Kugel nicht gerichtet? Wann überprüfen jetzt? Weil... Es kann sein, weil ich mache das für mich hin und wieder randomizer. Es kann sein, dass der XP noch nicht top ist. ich habe die rechte der truhe ist das kult oder wir waren nicht das war die markt haben wir fertig. Hyrule Ebene haben wir fertig, London fahren wir mal fertig, Todesberg. Den schafft man halt nicht Kakariko. Soras Reich müsste man halt schaffen, Verlorene Mölder müsste man halt schaffen, Kiri Volt schafft man halt, Lüliasse und Gerudo-Tal. Gerudo-Festung und hinten beim Tempel Schaffmann-Hetner. Gut. Vor Gott umlaufen, deswegen die Kantate des Lichts. Und hier ist jetzt ne Timelapse. Der eine Ersten Zielpunkt angelangt Ich glaube, mit dem Pironschwert geht es noch schneller, aber... Fünf Kubine, Fünf Kubine, Fünf Kubine... Aua Er ist die erste Squirtie... Okay Das bedeutet... Da 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 Oh! Oh! Stimmt! Stimmt! Wohlkommen vergessen! Wohl Tempel und wir ja auch noch. Endlich der einzige Tempel, in dem was ich schon erledigt habe, der was noch nicht 100% ist. Ich glaube, hier wird... Hier wieder Timelapse. Und zwar... In dem Timelapse auf CX-Hängen. Nee da oben. Wo war da oben? Wo war da oben? Das war ja, mit dem... long an Enter-Haken geht das eh klar. Oh! Das bedeutet, wir können mal wieder raus aus dem Waldtempel und weiter in die verlauerenden Wälder machen. Sehr cool. Da brauche ich mich wenigstens in meinem Tempel, den ich... Den Tempel habe ich am längsten gebraucht in meinem Lp. Der heuer Tempel war easy. Der Wassertempel auf dem 3DS ist sehr easy gewesen. Natürlich, auf dem N64 war der Wassertempel einer der schwierigsten. Das auch nur, weil du die Schuhe hier gehabt hast im Ausrüstungsmenü, wo wir eigentlich nur die Tunika haben. Deswegen... Aber egal. Oh, wir haben mal 70 Skulltulas. Das ist super. Ob hier wieder Timelapse sind, ihr kennt sie eh. Der erste steht schon wieder. Die stehen ja alle wieder. In den nächsten Mal. Ich mache mal früher Krokiridorf fertig, weil da ist nur Astroch. Wo es ganz schnell läuft. Boah, ich gehe da hinten drauf. Oh, Misty. und normalerweise Kiri Wald fertig oh ja jetzt wirds halt schnell gehen mit wie Skulltulas wenn wir nicht mehr so viele haben aber ja zur nächsten nehmt ihr euch auch mit weil die ist auch nicht so weit weg Link hoch aufpassen Horrokit ist dort Horrokit also echte um 100er Robin und dort irgendwo ist jetzt ein 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 Ah, Babo! Ich bin doch voll schrubt! Okay, Cut! Also, Time-lapse! Das habe ich vollkommen verplant, aber egal. Hier ist die nächste Skulptula. Und wir haben die verlorenen Wälder. 100%. Alle Skulptula. Ab und so was reicht. 18 Uhr und ich glaube 20 Uhr oder... Zora's Domain... Zora's Domain... Einer ist noch hier. Einer weiß ich noch. Eieiei... Da hier oben irgendwo müsste noch einer sein. Ich denke... Da ist sie. Sehr schön! Ja, dann sehen wir uns in Zora's Domain wieder. Rund um den Friedhof... Rund um den Friedhof... Zora's Domain... Man bekommt sie nur als Erwachsener. Also innen drin meine ich jetzt. Man bekommt sie nur als Erwachsener. Uff... Egal. Wir haben's gleich. Egal. Und... Überzeugen... Lord Jabo Jabo... Ha... Okay... Es ging vergleichsweise... So... Ich habe mir jetzt überlegt... Wie kann ich mitnehmen? Weil... Wir müssen... Lustig... Ähm... Wir müssen hier... Irgendwie hoch... Hier oben hin... Wie? Nichts... Keine Ahnung... Ist das alles... Nie gemacht... Klappe... Ich werde mal... Komisch... Wie das klingt... Aber ich werde mal kurz... Okay... Komm ich jetzt immer noch bei der Fee hier... Okay... Das hat sich mal bestätigt... So... So... Dort komme ich... Dort komme ich... Komm ich dort... So... Dann... So... Du meinst... Leider doch noch nicht fertig... Weil... Da brauchen wir ein Item... Oder zwei sogar... Ich noch nicht habe... Ha... Die Skulltilla da oben... Lassen wir dann noch mal... Ruhe... Dann haben wir... So was du meinst... Dorthin halt fertig... Dann geht es jetzt... Ab... Richtung... Hülias ist... Objektiv... Da... Oh... Ja... Man hat sie schon gesehen... O... Oh... Eee... Nice! Ich glaube der Hylia See ist damit nicht fertig. Fitnesskult, oder? Oh, oh. Hä? Warte. Hä? Wie habe ich? Aber, ups, warte. Äh, Hylia See nochmal. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Doch Olle. Die habe ich. Die habe ich. Die habe ich. Die zwei habe ich mal fix. Die habe ich. Keine Ahnung. Die habe ich jetzt. Okay. Mal. Wir gehen mal kurz zum alten Mann hinterschauen. Da brauche ich natürlich meine blaue. Wenn wir jetzt die Skutula da unten auch haben, dann fällt mir eh nur eine ein, die wir dann nicht haben. Weil die anderen zwei habe ich ja überprüft in den letzten Part. Ich habe mir gedacht, weil da schon gepflanzt ist, dass ich hier EFAT benutzt habe. Eieieiei. Gehen wir nochmal runter. Guten Tag. Ähm. Die Kiste ist noch da. Mit dem Lied. Gehen wir mal runter. Bedeutet das eigentlich nicht nur, dass wir schnell mit Okona in Richtung Euro-Botal reiten. Dann die Hymne der Zeit spielen. Eierdy. Die Heroin der Zeit müssen. Die Zitadelle der Zeit müssen. Oh weh. Oh weh. Entschuldigung. dann mache ich jetzt Kulturer Nummer 1 Für mich ist Kulturer Nummer 1 Jetzt noch Kulturer Nummer 2 Demo sein Kulturer Nummer 1 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 Dann spielen wir kurz die Kantate des Lichts Kulturer Nummer 1 Ihr Name ist Link und ich bin zurück Puh, Puh, Puh! Pum, 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 Pum... Dann, no? viel grüße, mein name ist link ja dann fehlt uns recht die eine skulptula lustig fehlt uns jetzt die andere, nur noch mehr eine skulptula in sorastumail und eine skulptula in kakariko, die werden wir jetzt noch nachholen da weiß ich, da haben wir noch keine und zwar müsste dann hier die skulptula fehlen ich habe jetzt noch für genau ein käferloch ich habe die echt vergessen ich habe die echt vergessen ich müsste jetzt der Hyliasee okay, Hyliasee 100% 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 Hyliase 100% Hyliase 100% Hyliase 100% es fehlt nur noch mehr eine und da fällt noch vor da hinten fällt noch aber das ist nicht so schlimm dann würde ich sagen wir gehen zurück nach der Zeit und dann sehen wir uns dann wieder dort in kakariko naja solange wir du wir haben jetzt alle skulptulas mit dem erwachsenen link geholt Dann würde ich sagen, geht's in die nächste Folge in den Brunnen. Wenn ihr euch darauf freut, dann Liked erlassen. Bis dann, euer Pettibi. Servus!